Sie hören einen Textabschnitt aus dem E-Book »Wenn der Schokoprinz wieder zum Frosch wird«, eine Geschichte über die Liebe oder was man dafür gehalten hat. Die ehrenwerte Richterin Gabriele Nuckernasch hatte seit Kindheitstagen mit ihrem schwankenden Gewicht zu kämpfen. Viele Jahre war es her, dass ein Mann neben ihr im Bett mit ihr gemeinsam das Morgenlicht erblickte. Viel zu lange schon lebte sie allein in ihrer großen Eigentumswohnung. Unter ihrer schwarzen Robe gab sie ein mittlerweile verwahrlostes Bild ab. Dunkle Körperhaare wuchsen an den merkwürdigsten Stellen. Ihr Bauchfett und ihre Dellen am Po und an den Schenkeln hatten eine Ewigkeit, kein Peeling, geschweige denn das Vergnügen einer Massage erlebt. Sie ließ sich gehen und fraß vor lauter Frust über ihre Figur noch mehr Kekse und noch mehr Schokoladentürtchen und noch mehr Nuckertcreme in sich hinein. Ihre Mutter, eine ehemalige Schönheitskönigin, goss bei ihren Besuchen auch immer wieder fleißig Öl ins Feuer. »Hach, so bekommst du aber nie einen Mann, so fett wie du bist. Du glaubst wohl, unser Name setzt sich aus Nuckert, Arsch und Naschen zusammen. Was? Ach, wenn du nur endlich so schlank und so schön wärst wie ich, dann, ja, dann würdest du auch geliebt werden. Jedes Mal nach solchen, wenn du das und das machst, dann wirst du erst geliebt setzen, die sich Gabriele seit ihrer Kindheit anhören musste«, hatte Gabriele noch mehr Vertruss und noch mehr Kalorienbomben landeten in ihrem Schlund. Ihre Mutter, bei der der schöne Putz auch schon längst ab war, hatte es schon immer gut verstanden, wie ein schlechtes Gewissen für alles Mögliche einzureden. Eigentlich war sie daran schuld, dass Gabriele nach jedem Besuch ihrer Mutter noch beleibter, noch unansehnlicher und noch frustrierter wurde. Womöglich kam sie nur hier zu ihr ins Amtsgericht, weil sie sich bewundernswerte Blicke von Anwälten erhoffte, die zwangsläufig hier auf- und abplanierten, diese eitlen Gockel. Nachdem also die ehemalige Miss Blankenburg wieder verschwunden war, sprach Gabriele voller Wut ein kurzes Stoßgebet. »Ich wünsche mir, dass meine dürrstelzige Mutter mal so richtig fett ist. Danke.« Dann machte sie sich bebenden Schrittes auf zur Urteilsverkündung. Warum musste sich ihre Mutter auch immer im Gerichtssaal blicken lassen und sie verspotten und als Krönung ja auch noch die kleinen, edel Vollmilchtafeln aus der antiken Silberdose wegnehmen? Sie war doch kein Kind mehr. Wieder kein Nervenfutter. »Mann, oh Mann, was war sie jetzt wieder geladen, die Gabriele Nugganasch-Fettarsch!« Diesen Spitznamen hatte sie an ihrem 13. Geburtstag, damals im Zoo, von ihren Klassenkameraden statt eines Geschenkes überreicht bekommen. »Happy Birthday, Nugganasch-Fettarsch!« Seit diesem sommerlichen Nachmittag hasste sie Geburtstage aller Art. Ja, an dieses Ereignis konnte sie sich bis ins kleinste Detail erinnern. Auch an die buntgeblümten Kleider ihrer Mitschülerinnen, bei denen die Brüste wuchsen, und bei ihr nur der Bauch und hintenan der Nugganasche-Fettschinken. Scheiß-Pubertät!